Hallo zusammen, schön, dass du wieder zu einem neuen Luminar AI Tutorial eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir mal zeigen, wie du mit der Bildsynchronisation Zeit beim Bearbeiten deiner Bilder sparen kannst. Ich hoffe, es ist wieder ein interessantes Video und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Viele von uns kennen das. In der Portraitfotografie, in der Vogelfotografie oder auch allgemein in der Tierfotografie haben wir manchmal Bilderserien von 20, 30, 40, 50 oder auch 100 Bildern hintereinander weggemacht und die Bilder sehen oftmals relativ gleich aus. Wenn man jetzt alle Bilder wirklich bearbeiten wollte, dann ist man natürlich stundenlang dran. Man kann das Ganze aber auch schneller machen, indem man einfach eine Grundbearbeitung über alle Bilder legt. Dafür muss man eins bearbeiten und synchronisiert das Ganze oder kopiert und packt das dann auf alle anderen Bilder drauf und am Ende sucht man sich die aus, die einem am besten gefallen und arbeitet mit den Bildern weiter. Ich möchte dir jetzt in diesem Video mal zeigen, wie wir das in Lumina AI machen können. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei relativ kleine Bilderserien mal aufgerufen bzw. mir in einen speziellen Ordner gepackt. Einmal habe ich hier eine Gepardin, die liegt im Grünen und guckt in der Weltgeschichte umher, vielleicht auf der Suche nach Beute. Und zum anderen habe ich dieselbe Leopardin etwas später dann auch nochmal durch ihr Revier ziehend fotografieren können. Jetzt werde ich mir mal ein Bild öffnen. Wir fangen einfach mal mit dem hier an und werden mal eine Grundbearbeitung durchführen. Wir warten den Moment, bis das Bild dann aufgebaut ist und man sieht hier schon Bearbeitungsschritte aus meinem Test. Jetzt sind diese Bearbeitungsschritte alle weg und wir können anfangen und können hier eine kleine Grundbearbeitung einfach mal durchführen. Dafür nehmen wir mal den Enhanced AI, ziehen den auf 20 und Belichtung, wenn wir mal hier die Temperatur ein bisschen wärmer machen, ich würde sagen, so in etwa sieht das ganz gut aus. Belichtung passt soweit, Lichter ziehen wir etwas runter, aber dafür werden wir die Schatten ein bisschen aufhellen und bei den Weißtönen gucken wir mal, ich würde sagen, die werden wir etwas aufhellen und die Schwarzen Töne etwas herabsetzen. Kurve brauchen wir nicht. Ein bisschen Struktur fürs Fell, allerdings hier nicht zu viel, sonst ist das deutlich zu viel. Man sieht das hier so ein Wert um die 15. Verstärken, also die kleinen Strukturen können wir hier auch etwas anpassen. Dann gehen wir dem Ganzen ein ganz kleines bisschen noch Dynamik hinzu und dann geht es ans Nachschärfen. Kleine Details, mittlere Details, große Details brauchen wir hier auch nur ganz wenig. Und schärfen wir das Bild etwa auf 50 nach und Bildrauschen entfernen könnten wir hier einsetzen, lasse ich jetzt aber einfach mal weg. Landschaft und Minettierung brauchen wir in dem Fall auch nicht. Und gucken wir einmal vorher, nachher und das sieht doch deutlich interessanter aus. Ich würde jetzt im Normalfall auch noch den Bildaufbau anpassen und das Bild in 16 zu 9 Format setzen. Bringt in dem Fall allerdings nichts, weil Bildaufbau AI und auch hier unten die Optik, die werden nicht auf andere Bilder übernommen. Leider ist aber so, kann ich leider nichts dran ändern. Das heißt, ich muss damit leben, dass ich das dann im Nachhinein bei den Bildern, die ich dann wirklich auch weiter bearbeiten möchte, per Hand manuell nachträglich dann noch machen muss. Jetzt habe ich diese Grundeinstellungen hier für dieses Bild mal zugemacht und kann zurück in den Katalog wechseln. Denn das Ganze funktioniert ganz gut vom Katalog aus. Ich kann nämlich jetzt hierher gehen und kann sagen rechte Maustaste und dann alle Anpassungen entweder kopieren oder aber ich wähle mir alle Bilder aus. Das kann ich machen mit der Shift-Taste und dann die Bilder auswählen, die ich haben möchte und sage jetzt hier wieder anpassen und habe die Möglichkeit, hier Anpassungen synchronisieren auszuwählen. Das werde ich jetzt mal machen. Da klicke ich jetzt drauf und dann wird es einen Moment dauern und ihr seht, alle Bilder werden hier bearbeitet. Problem an der Sache, wir sehen nicht, was hat er jetzt schon bearbeitet und was kommt jetzt noch. Also wir müssen hier einen Moment warten. Bis jetzt ist hier noch gar nichts passiert. Jetzt kommt das erste Bild, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und auch das letzte Bild. Und jetzt haben wir alle Einstellungen, die ich im ersten Bild gemacht habe, haben wir übernommen. Und wir können uns das ja mal anhand dieses Bildes angucken. Gehen auf Bearbeiten und gucken mal, dass er hier drüben dann auch alle Schritte übernommen hat, die ich eben in dem ersten Bild mit der Grundeinstellung durchgeführt habe. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis er das Bild aufgebaut hat. Und das erkennen wir immer hier oben dran, wenn das hier oben blau durchläuft. Jetzt ist es weiß und jetzt sind auch die ganzen Einstellungsregler bzw. unsere Tools sind jetzt hier verfügbar. Und wir sehen, wir haben den Enhance AI eben eingestellt auf 19. Wir haben hier die Temperatur etwas angepasst. Wir haben die Lichter herabgesetzt und wir haben die Schatten aufgehellt. Die Weißtöne haben wir angepasst und die Schwarztöne. Wir haben ein bisschen Struktur hinzugegeben. Wir haben etwas Farbe dazu getan. Und wir haben das Bild nachgeschärft. Also all das, was ich eben im ersten Bild gemacht habe, habe ich jetzt auf alle anderen Bilder synchronisiert. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um ganz, ganz schnell viele Bilder zu bearbeiten, um sich dann im Endeffekt die besten rauszusuchen und mit denen dann weiterzuarbeiten. Ja, es gibt dann auch noch die zweite Möglichkeit, auch die werde ich dir jetzt nochmal zeigen. Dafür nehmen wir jetzt die erste Bilderreihe mit insgesamt acht Bildern, gehen auf Bearbeiten und wenn wir jetzt hier auch eine Grundanpassung durchführen, müssen natürlich den Moment wieder warten. Jetzt kann ich loslegen, genau da ist es. Jetzt nehmen wir auch hier wieder den Enhance AI, dann die Belichtung. Auch hier möchte ich das Ganze etwas wärmer gestalten. Dann können wir hier, die Lichter brauchen wir nicht. Wir können aber die Schatten hier etwas aufhellen. Dadurch kommen die Augen hier besser zum Vorschein. Die Weißtöne würde ich sagen, können wir hier in Ruhe lassen. Schwarztöne brauchen wir auch nicht. Dann können wir hier ein bisschen Struktur hinzufügen. Also ähnliche Einstellungen, wie wir das eben schon bei den anderen Bildern gemacht haben. Ich kann jetzt hier Dynamik etwas anpassen und gehen dann hier auf die Details. Jetzt auch hier ein bisschen was. Und dann die Schärfe etwa auf 50 gestellt. Wenn uns das jetzt dann doch ein Ticken zu dunkel ist, dann gehen wir einfach nochmal zurück nach Belichtung und werden hier die Schatten noch weiter aufhellen. So in etwa. Und bei den Lichtern, da gucken wir mal, was passiert. Die vielleicht auch noch ein bisschen anpassen. Da setzen wir die mal auf Minus. Um die 20 in etwa sollte reichen. Und gucken wir uns auch hier mal das Vorher und Nachher an. Auch hier nur über die Grundbearbeitung schon einen sehr schönen Effekt erzielt. Gehen dann wieder zurück auf den Katalog und sagen jetzt wieder rechte Maustaste. Und haben jetzt die Möglichkeit bei Anpassung nicht Anpassungen synchronisieren zu wählen, sondern Anpassungen kopieren. Dann nehmen wir die Bilder, die wir hier anpassen wollen. Auch wieder eins auswählen. Und dann mit gedrückter Shift-Taste oder Hochtaste, Großschreibtaste, wie man auch das nennen mag. Wählen wir die Reihe aus. Gehen jetzt her. Rechte Maustaste. Und sagen Anpassungen einfügen. Jetzt arbeitet er hier oben. Auch hier sehen wir wieder, dass die Anpassungen durchgeführt werden. Auch das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir das dann jetzt hier sehen können. Mal gucken, wie lange er jetzt hier braucht. Da ist das erste Bild. Da kommt das zweite, das dritte, das vierte, fünfte, sechste und auch das siebte Bild. Auch hier können wir dann einfach mal ein Bild auswählen. Gehen auf Bearbeiten und gucken uns mal an, ob er alles übernommen hat, was wir hier vorher eingestellt haben. Wir müssen natürlich jetzt den Moment warten, bis das Bild aufgebaut ist. Und da ist das Ganze. Und dann haben wir hier den Enhanced AI, den haben wir eingestellt. Wir haben die Belichtung angepasst. Wir haben ein bisschen Struktur hinzugefügt. Wir haben die Farbe angepasst. Und wir haben das Bild geschärft. Und das sind all die Einstellungsschritte, die ich auch eben hier oben im ersten Bild so eingegeben habe. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, ganze Bilder, Serien schnell zu bearbeiten, um sich dann die besten Bilder rauszupicken und mit denen dann weiterzuarbeiten. Meine Frage an dich, kanntest du diese Bild-Synchronisation, kanntest du das, dass man auf die Art und Weise ganz schnell ganze Bilder, Serien bearbeiten kann? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da bin ich auf dein Feedback sehr gespannt. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war wieder interessant und informativ für dich. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest und vielleicht einen kleinen Kommentar unter das Video setzt, wenn es dir gefallen hat. Das hilft mir. Das hilft dem Video im YouTube-Ranking weiter nach oben zu wandern. Je mehr Kommentare und Daumen nach oben da sind, umso mehr Zuschauer wird dieses Video vorgeschlagen. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du eine Information von YouTube darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Lumina AI arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst keinen Cent mehr bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylam, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig unterstützen, ohne dass du dafür irgendeinen Cent extra bezahlen musst. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao.